hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge von twin saga so jemand hat mich kommentiert es kommt jetzt ziemlich spät die antwort von mir weil ich bin hier noch eine vorausaufnahme und huch da wurde mir gesagt senchi kann man auch leveln wusste ich gar nicht und dann habe ich erst mal die sucht vor der aufnahme erst mal auf verstärken geklickt ist also hier kann ich gar nichts verstärken gut dann hat mir so gedacht machst mal hier verbessern vielleicht ist es das und sie an ja es ist verbessern ich habe schon bis 24 gemacht und den rest möchte ich jetzt hier während der aufnahme einfach mal mit durch klicken ja es händchen klappt level 30 wunderbar level 40 und 41 ja mal gucken also soweit wie ich das hinkriege soweit level ich die dann hoch so wie ich sehe hier die anderen sind schießt kann ich ja gar nicht also hier zum beispiel iron oder sakura und was bei denen geht es irgendwie gar nicht habe ich das gefühl aha okay da müsste man ja mehr solche dinger hier basteln kann man den hier verstärken nein hätte ja sein können entlassen kann ich doch nicht machen auf jeden fall wie diese erst mal auf 41 nichtsdestotrotz möchte ich hier diese andere geschichte weiter wort fortführen und zwar jivi oder jivi wie roma spricht mit um die quest abzuschließen was er möchte gerade erst mal hern gekommen so aha das ist seine antwort er auf 5 16 63 und seine frage error 5 16 7 1 also übersetzen wäre cool und nicht immer dieser heraus wieder mit ihm sprechen ich weiß gar nicht worum es geht und ja es gibt bloß um er raus und die zahlen das auch raus das ist die aufgabe das meisters er raus rose rose tschüss so das euro da wieder error 5 16 73 ich verstehe seine rost nicht euro 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 so das kleine mädchen kann man doch irgendwoher sie ist auch eine senschine oder ich guck mal kurz das glaube ich auch die nein nein ich kann sie nur zu ordnen auch nicht okay das neue juli ok sind schu guang wenn ich mal gespannt hier 516 81 das ist 0 text index 7 1 1 3 hier diese löwen ich hab neue fähigkeiten ja nein mich kriegt keiner so klein so wunderbar nimm mal tempoboß ne also tempo oder nicht gesegneter boden nie kommt fisch an natürlich tempo 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 wie taschentubtempo wie taschentubtempo da kommt direkt ins gesicht und dann natürlich kommt noch mehr das war doch sowas für klar das wurde sowas für klar so Das macht richtig Spaß mit dem Kleriker. Das macht richtig Spaß mit dem Kleriker. Das war's für mich. La 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 Kein Das war ich mir noch leichterlich Okay, tschüss, viel Spaß noch Jugi, um die Queste abzuschließen Error 51683 Error 51691 also ich würde schon wissen was sie da quatschen besorgen konjax von konjac gras ok ja lalala lalala ah 516 93 ich habe keine ahnung was das hier soll er auf 5 17 61 ja und die gleich direkt überspringen den scheiß ich verstehe zwar nicht aber ja das wäre schon cool man wüsste worum es hier geht er auf 5 17 63 euro 5 1 701 hatte gut gleich so ein was wieso haben sie übersprungen ich wollte ein video sehen aber ich verstehe das nicht was der quatsch mehr soll ko na ja na 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich beobachte das ganze mal ich hoffe das navi haut noch hier hin bei dem ja gut da läuft richtig alle klappen kampf beginnt ja du mich auch und maske ein klick auf das sind die symbol im hauptmenü lalala oh lang lonanana so Das ist ein kleiner Hopla, bin ich sicher, aber da sieht ein bisschen komisch aus. Ein Item Normans Error, yeah. So, mal ein bisschen Kaffee eingießen hier. So, wo bleibt denn das? Der Monds Fried, wo ist er denn, der Monds Fried? Der Monds Fried. Ich hoffe, der hat eine coole Aufgabe für mich. Also mehrere. Richtig nice. Da hinten ist. Ich hoffe, der Monds Fried. Ich hoffe, der Monds Fried. Ich hoffe, der Monds Fried.